Ich möchte heute jemanden vorstellen, eine Person, die vor gut 2000 Jahren gelebt hat. Und diese Person, das war Thomas, war ein guter Kumpel von Jesus, einer von den zwölf Aposteln. Und als Jesus damals gekreuzigt wurde, ist er später den Jüngern erschienen und Thomas war leider nicht dabei. Also haben diese Apostel dem Thomas total begeistert davon erzählt, total überschwänglich. Und Thomas, der hat immer alles in Frage gestellt und er sagt eins, er sagt, ich glaube das erst, wenn ich Jesus selber sehe, wenn ich meine Finger in seine Wunden legen kann. Und acht Tage später ist Jesus den Aposteln wieder erschienen und diesmal war Thomas dabei und Jesus lädt ihn ein, ihn zu berühren. Aber Thomas ist so überwältigt davon, dass er nur noch eins sagt, er sagt, mein Herr und mein Gott. Und das ist das für mich tiefste und ergreifendste Glaubensbekenntnis der gesamten Bibel. Weil Thomas damit so ganz klar macht, dass Jesus wirklich der Herr über sein Leben ist und dass Jesus wirklich sein Gott ist. Und ich möchte dich dazu ermutigen, genau wie Thomas, Querdenker zu sein und gegen den Strom zu schwimmen. Thomas war jemand, der war der Außenseiter dieser zwölf Apostel, aber er ist dabei geblieben. Und ich möchte dich einfach da einladen, auch dabei zu bleiben und in der Bibel nach Antworten zu suchen. Und in der Bibel deinen Glauben zu finden, weil je mehr du darin liest, desto eher wirst du auch Gott kennenlernen und desto eher wirst du auch diesen Jesus finden.